Guten Abend, heute wird es nicht nur auf der Bühne voll, merke ich gerade, sondern schön, dass ihr alle da seid. Herzlich Willkommen! Okay, ja, wir haben heute Abend ein Jubiläumskonzert, das habt ihr sicher schon alle mitbekommen. Wir spielen zum 25. Mal hier in dieser tollen Location und wir haben uns ein klein bisschen was einfallen lassen, eine Kleinigkeit, nachher noch, nach der Pause. Und ja, wir haben heute einen Spezialgast einfliegen lassen, unsere alte Beendkollegin aus Frankreich, die Chloé, aus Syrthier, Syrthier. Ne, und wir hoffen, ihr habt viel Spaß heute Abend. Schön, dass ihr da seid. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Nein, und deswegen kann die heute Abend leider nicht dabei sein, obwohl ich gerne wäre. Okay, aber wir kriegen das auch so hin. Gut. Dann gone. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. 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 Das war's. 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 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1 1 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1 1 1 1 1 Untertitelung. BR 2018 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 There's no time to cry People gonna give you all that free advice They tell you once, they tell you twice They give you no peace, they catch you no slack Once you get a taste, there's no time to cry It always will be and it always was People always try to come out of blood These cats are on the air, they know she's like a black Once you get a taste, there's no time to cry Once you get a taste, there's no time to cry You can't be on your own or you can run with a pack But the time will come to get up your act Once you get a taste, there's no time to cry When you consider pain, you'll miss the boat Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, jetzt kommt mal wieder eine ganz eigene Nummer. Ein bisschen Spaß. Was stellst du da eigentlich mal ab? Dein Bier oder was? Oh, ist das so verführerisch. Okay, ein bisschen hip, ein bisschen blues. Hip and blues. Ihr sollt nach vorne kommen. Ein bisschen rutschen, damit die anderen Leute, die 100, die noch draußen stehen, die müssen noch reiten. Ah, das war ja. Woohoo! 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 Musik 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 All right Musik 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 Und jetzt ist es profession time. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, die nächste Nummer ist auch von unten, was ganz eigenes, aber ein bisschen Dösrock, oder? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 So, wir haben noch einen Wechsel, glaube ich. Heute ist fliegender Wechsel auf der Bühne. Wir haben ja gesagt, mehrere Überraschungsgäste. Bitte begrüßt recht herzlich. Frieda Moritz von Midlife. Hallo, die Journalist. Vielen Dank, dass ich mitmachen darf. Du musst wieder gehen, ja? Oh Mann, nein, ist ja jemand los. Ich komme wieder. Du kommst wieder? Ja, ich komme wieder. Okay. Ja. Der Frieda, der hat ein ganzes halbes Jahr lang bei uns ausgeholfen, als der Peder mal wegwobes musste und in Europa rumtouren musste. Der Frieda hat uns echt geil unterstützt bei mehreren Gigs, die wir hatten und so. Ja, und dann dachten wir heute Abend zum Jubiläum. Hahaha, was machst du denn da? Hahaha, das, was du die ganze Zeit machst. Naja, okay, dann jedenfalls dachten wir heute Abend zum Jubiläum, könnten wir ihm auch nochmal die Möglichkeit geben, dass wir alle nochmal zusammenspielen. Hey, hey, hey. Na, warte mal ab. Okay, ready? 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 Yeah. Yee-hoo! Oh, yeah. Oh, no, they're not. Uh-huh. 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 She's mad about to just let it all hang out and she's a freak, house, like lady style, that's a fact, they don't have the bag, but she's a freak, house, when put together everybody moves, it's our story, she knows she's got everything that a woman needs to get a man. How does she lose? Why'd she choose? I was 36, 34, 36, what do I have? Oh yes, it's late, it's night, when the feel is dry, oh yes, it's late, it's night, what a night, what a night. Oh yes, it's late, it's night, when the feel is dry, oh yes, it's late, it's night, what a night. Girl, you get one, but nothing special everywhere, from New York to Hollywood, it's late, it's night, I don't want to feel good. Girl, you get three, house, she's my device too, let it all hang out and she's a freak, house, when put together everybody moves, it's our story, you get three, house, yeah she's the one, the only one, still wearing a mask too. Musik 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 Dankeschön! Applaus 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 Ihr habt sicher gemerkt zwei Songs in einem Stück arrangiert von unserem Drummer Herbert Gensch Applaus 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 Okay, kommen wir zum nächsten Stück Der erste Autosong heute Abend Von den Beatles Ja, es gibt noch einen Autosong Aber der kommt später Warum nicht Die 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 Untertitelung. BR 2018 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 Okay, wir kommen zu einem weiteren Überraschungsgast. Ach, du machst Platz auf der Bühne? Dann muss jetzt mal noch jemand auf die Bühne kommen. Vielleicht könnt ihr mal so eine Gasse schlagen und so Säbel hochhalten. Wir haben heute Abend noch jemanden dabei, der gerne noch eine Nummer mit uns spielen möchte. Überraschung! Oh, du musst ja noch auspacken. Überraschung! Da kannst du mal sehen, ne? Man kann dich auch noch überraschen. Ich bin ja übergerecht. Komm auf die Bühne, guck mal, da ist ein Clip-Mikrofon, falls du eins brauchst. Ich weiß nicht, ob das rumhaut oder da rein. Auspacken hättest du ja schon mal vorher machen können, oder? Wenn ich gleich fertig mache. Ja, ist das schon Weihnachten? Begrüßt doch mal recht herzlich den David Cohen. Okay. Wusste das noch jemand nicht? Nein. Okay, dann fühlt euch überrascht. Warst du der Einzige? Nein, das glaube ich nicht. Lacht er ja dann. Seid ihr soweit? Okay, dann kannst du ja losgehen. Achso, ja, nochmal. Also unsere Trompeterin, habe ich schon erzählt, dass sie ein Baby gekriegt hat? Ja, habe ich schon. Wir können anfangen. Also nicht du. Nachwuchs in der Cheatrix-Familie. Okay. Mama's got a brand new back. Come here, Mama. I got this crazy save. She's not just dancing. I want this baby play. Shine on track. Mama's got a brand new back. Shine on track. She's gonna fly. Don't pack a chip. Use it now. Shine shine. She's gonna march in. The match for battle. Come back, drag. She'll lay her out again. I'm coming to see you. Take those numbers in the sweat. Shine to her. I'm buying your preface. Shine on track. She's got a brand new back. She's got a brand new back. Musik 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 Mach schon was machen? Bitte noch da bleiben Ihr kommt, ist egal, komm Platz ist immer in der kleinsten Hütte Komm einfach rauf hier Ich glaub heute Abend brechen wir einen Rekord Mit dem was hier oben steht Musik Alles gut Hi Ich stell mich einfach Wisst ihr was, ich hab mir doch so ein neues geiles Funkmikrofon gekauft Ich kann jetzt einfach mal zu euch gucken Dann haben wir ein bisschen mehr Platz dafür Musik Musik Das war nicht abgesprochen Musik Entschuldige Solo versaut Nicht bescheid gesagt Dann kriegt er wieder Ärger, wa? Solange er miteinander Musik macht, muss er nicht miteinander reden Oh doch, das müssen wir tun Na komm Solange ihm Musik funktioniert Ich hab euch gar nicht gefragt, habt ihr eigentlich noch Spaß? Das gehört nicht dazu Das gehört nicht dazu Ja, das geht schon Stell dich nicht so an Okay Ich geh da rüber einfach Oh ja Ich kann mir aber auf so ne Kiste hier stehen Geht schon Ja, ja Ja, ja Das geht schon 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 In der Hoffnung, ihr schreit dieses tolle Wort, was nur noch von Applaus getoppt werden kann. Ihr seid fantastisch. Okay, wir sind schon über der Zeit, aber ich glaube einen dürfen wir noch. Dürfen wir noch einen? Wenn ihr nichts dagegen habt, dann spielen wir noch einen. Nur für euch. Hi! Du treibst nicht zu viel in ein Fußballstadion, glaube ich. Okay! Hier geht keiner mehr rein, definitiv. Och, hier passt noch was drauf. Kann da jemand Querflöte spielen? Frieda, hier, ich habe einen Schellenring für dich. Ja, weil irgendwie sind es ja doch heute Abend die Cheap Tricks All Stars, oder? Ja! Kann da mal einer ein Foto machen? Ja, nicht alle drauf. Passen ja nicht alle drauf. Man sieht dich da hinten gar nicht. Okay. Seid ihr soweit? Ich cratsch zu viel, wa? So, jetzt gibt's den Zugang. Was ist der größere? Zugang, Baby! Zugang! Ja, stimmt. Ja, ihr feiert die Bahn, ja? Ja, die hatten einen Tarifabschluss und so. Aber jetzt könnt ihr ja immer ausnehmen. Aber jetzt könnt ihr ja immer ausnehmen. Ja, aber jetzt könnt ihr ja immer ausnehmen. Ne vor den Füßen und loslegen. Amnest du wie immer noch dabei? Muuuh, das wird besser. Und das wird besser. Was noch los? Ja, wir sind noch mal dabei. Das wird besser. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Für jeden, der möchte etwas zu trinken, es wird hier rumgedritten und jeder darf sich was wegnehmen. Dann könnt ihr was schön mit uns feiern und anschlüssen. Vorsicht, da kommt jemand. Ja, auf euer aller Wohl, lasst es euch schmecken. Die Band kann ja auch mal was ausgeben, oder? Ja, das ist gut.